Musik Ein herzliches Grüß Gott aus der Wachau. Heute darf ich Ihnen sehr exklusive Eigentumswohnungen in Rossatz präsentieren. Rossatz an der Donau ist eine typische Wachau-Gemeinde, nahe Krems, geprägt durch zahlreiche Heurigen, Winzerhöfe und auch herrliche Wandermöglichkeiten durch die naheliegenden Weinberge. Der nachfolgende Rundgang ist dazu gedacht, um Ihnen einen ersten Eindruck zu vermitteln. Musik Hat die Präsentation Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich, Ihnen diese hochwertige Liegenschaft, eingebettet in einer traumhaften Umgebung, näher bringen zu dürfen. Ihr Immobilien-Experte Christoph Zermutzian von Remax Balance Krems Musik 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 Musik